Warum gibt Göhle ein 10-jähriges Album erst jetzt raus? Welche Pop-Legenden feiern ihren 80. Geburtstag? Und welche Persönlichkeit beschreibt uns Tim in unserem Ratenquiz? Antworten auf diese Fragen gibt es heute bei uns. Herzlich willkommen bei Glanz und Gloria. Um Fragen zu beantworten, geht es unter anderem auch in der neuen SRF-Unterhaltungsshow «Game of Switzerland». Die Vorbereitungen sind schon voll im Gang. An vorderster Front als Moderator dabei ein Gesicht, das wir bestens vom Comedy-Duo «Divertimento» kennen. Seine Premiere als Quiz-Moderator hat er Jonny Fischer dann am Samstag, 19. September auf SRF 1. Jetzt zu den News mit einer guten Nachricht für alle Kino-Fans und einer traurigen für alle Fans des Deutschen Schlagers. Also, dann besorgt euch schnell ein Kinoticket. Das könnt ihr sogar ohne schlechtes Gewissen machen. Für das Wochenende ist nämlich in der ganzen Schweiz nass. Und darum ein perfektes Kino-Wetter angesäht. Bei ihm steht am Sonntag Party auf dem Programm. Dann feiert er Tom Jones seinen 80. Geburtstag. Und etwas wird dabei sicher nicht fehlen. Die Musik. Die gehört nämlich zu seinem Leben, so wie sie überhit Sexbomb in die 80er-Jahre-Diskuss. Was ist das für eine typische Handbewegung? Wenn es für euch klar ist, wer den Tim hier beschreibt, dann geht auf unseren Instagram-Account und schreibt es in das Kommentarfeld. Ob ihr recht habt, seht ihr den Mon online. Viel Spass beim Miträdchen und jetzt viel Glück beim Wettbewerb. Er ist der Mundart-Rocker von «Nation», der Gölé Monde, bringt er sein neues Album raus. Also, eigentlich ist es nicht er, sondern er und seine Bands, The Deeds. Und es ist auch nicht Mundart, wie man vielleicht denken könnte, sondern Englisch. Und neu ist es auch nicht wirklich. Es wurde nämlich schon 2010 aufgenommen. Warum es denn erst jetzt rauskommt, das erzählt er uns in der Rubrik «Verzähl mir Dein Lied». Einfach beim Ausgang, den Zahlen nicht vergessen. Soviel Glanz und Gloria für heute. Merci euch fürs Zuschauen. Morgen begrüsse ich mich dann an meiner Stelle der sympathische Salar Barampuri wieder. Einen schönen Abend und gut wiedersehen miteinander.